Michael Behrendt und Lutz Hachmeister sind da. Wir beschäftigen uns mit der Rolle der Medien im Wahlkampf. Er hat ja schon angedeutet, dass es schwierig ist, Praktiker selbst zu finden, die darüber reflektieren, aber Michael Behrendt tut es und auf den ersten Blick aus einer unkonventionellen Perspektive, weil er ja Werber ist, kann man sagen, betreibt als Geschäftsführer Scriptcom in Frankfurt. Was hat man sich darunter vorzustellen? Was ist Scriptcom? Also ich würde nicht sagen, dass ich Werber bin. Ich bin Kommunikationsberater. Hört man es? Hört man es? Ja. Also Kommunikationsberater. Mein Schwerpunkt ist Unternehmenskommunikation seit zehn Jahren. Ich habe davor als Mitbegründer von Ahrens und Behrendt, die heißen heute anders, auch in den zehn Jahren davor für... Bitte? Mikro, der pendelt noch ein. Es dauert, ich glaube, bei der Technik, die müssen ein bisschen Saft drauf geben. Hören Sie mich jetzt? Ja, einfach weitermachen. Ich bin Kommunikationsberater, Unternehmenskommunikation, bis vor zehn Jahren Ahrens und Behrendt. Da habe ich auch mich mit Ministerien beschäftigt und ministeriale Kampagnen gemacht. Seitdem eigentlich wenig Politik, aber eben Beobachter der Medienszene und beschäftige mich in dem Zusammenhang mit der Unternehmenskommunikation immer mit der Frage Führung und Kommunikation. Das wäre auch jetzt ein Aspekt, auf den ich gleich mal ein bisschen eingehen würde. Damit man sie politisch einordnen kann, im Vorgespräch haben Sie gesagt, im Grunde sind Sie auch ein Fan von Angela Merkel. Gezwungenermaßen, sozusagen aus handwerklichen Gründen, weil sie es gut macht. Okay. Und wie gut sie es macht und wie die Medien funktionieren, wird er uns jetzt in 20 Minuten präsentieren. Und dann gibt es eine Intervention von Lutz Sachmeister, der ja 2007 das Buch Nervöse Zone aufgelegt hat. Ein wichtiges Buch und er wird die Fortschreibung uns in aller Präzision und Nüchternheit präsentieren. Bitte, Michael Behrendt. Ich habe was ganz Altmodisches vor heute. Sie bekommen keine PowerPoint-Präsentation zu sehen. Und ich habe ein fast ausformuliertes Manuskript vor mir liegen. Als Thomas Leif mich vor fünf, sechs Wochen fragte, ob ich bereit bin, über dieses Thema zu reden, da war ich gerade im Urlaub und in sommerlicher Heiterkeit, habe ich dem zugestimmt. Und erst danach wurde mir klar, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, was Vernünftiges zu dem Thema zu sagen. Oder etwas, was aus Perspektive meiner Person belegt werden kann. Vorab nach dem, was ich heute gehört habe. Gestern war ich leider nicht da. Da musste ich beruflich eine Veranstaltung machen. In Hamburg, HSA Nordbank, hatten wir den Joschka Fischer eingeladen. Da ging es um die Frage der Zukunft Europas. Und das war toll, weil ich konnte mit Joschka Fischer vorher reden eine Stunde. Und das hat mich auch nochmal inspiriert, im Hinblick auf das Thema heute. Und nach den Vorträgen, die ich heute gehört habe, bisher habe ich auch das Gefühl, das lohnt sich auf den Punkt hinzuweisen. Bei Wahlkämpfen geht es um Macht. Und wenn ich mir so erinnere, was wir heute gehört haben, habe ich das Gefühl, wir organisieren irgendwie so ein Spiel. Geschickt. Was ist geschickter oder weniger geschickt? Social Media, wie machen wir das? Was wissen wir? Was weiß die Marktforschung? Und wir sprechen nicht darüber, welche Bedeutung es hat, dass wir hier um Macht kämpfen. Das ist eine zivile Form des Machtkampfes und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Mein Auftrag jetzt hier in meinem Vortrag ist, ich sollte mich auf Medienkritik fokussieren. Also ich werde jetzt nicht die Politik kritisieren, sondern auf Medien. Und ich werde dabei einen Fokus auf journalistische Medien haben. Und da ich jetzt aber kein Professor bin für Medienwissenschaften, werde ich Ihnen keine empirischen Studien vorlegen und Zuschauer, Publikumswanderungen und so weiter, sondern im Grunde vor dem Hintergrund meiner Expertenerfahrung der letzten 20, 25 Jahre ein paar Dinge sagen. Sieben Fragen habe ich mitgebracht, habe ich mir gestellt, die ich im Rahmen des Vortrages beantworten will oder mit denen ich mich beschäftigen will. Wird Merkel von den Medien bevorzugt? Wurde mir aufgetragen. Wird Steinbrück von den Medien bewusst demontiert? Wurde mir aufgetragen. Muss Trittin im Wahlkampf Bussi der Heute-Show mitfahren? Habe ich mir selber ausgedacht am Freitagabend, als ich das gesehen habe. Darf Raab das Kanzlermodell mitmoderieren? Ist ja auch eine Diskussion, eine wichtige Diskussion. Frage, die mir noch eingefallen ist, was steht eigentlich in der Zeitung? Nächste Frage, ist die Erscheinung der Piraten eigentlich eine ins Politische gewendete Medienkritik? Die ist mir erst gestern Abend eingefallen und ich finde die immer, immer intelligenter. Vielleicht ändert sich das wieder. Und letzte Frage, kennt Herr Diekmann den Film Wack the Dog? Damit wollte ich einen etwas unterhaltsamen Einstieg und eine gewisse Vorlage geben, damit Sie wissen, wohin so die Tendenz geht. Weil jetzt wird es erstmal ganz schmerzhaft. Ich zitiere Niklas Luhmann. Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Dieser Satz haben Sie bestimmt alle schon gehört und wer ihn nicht gehört hat, sollte das mal nachlesen. Dieser Satz ist inzwischen eigentlich ein Gemeinplatz und die Frage ist, ob das sozusagen hinreichende analytische Grundlage ist, um zu sagen, dem Einladungstext zur Veranstaltung auch zu folgen, die Medien haben inzwischen die Macht übernommen. Ich würde sagen, definitiv nicht, definitiv nicht, aber es gibt ein wahnsinnig enges Zusammenspiel zwischen Medien und Politik. Medien und Politik formatieren sich wechselseitig. Da gab es dann heute auch den interessanten Vortrag von Herrn Kisler, hieß er, ja, Cicero, der sagt, ja, wir filtern im Grunde Realität, wir, die Journalisten filtern Realität durch Klischees und verformen sie so. Und da gibt es sozusagen ein ungutes Zusammenspiel zwischen Medien und Politik. Ich würde sagen, ich würde das nicht so fundamental kritisieren. Ich würde sagen, das ist halt die Art und Weise, wie man politisch kommuniziert. Ich würde nur sagen, die Frage stellen, wieso werden eigentlich bestimmte Themen, kommen die gar nicht vor? Wieso werden wir bestimmte Klischees, die uns auch zur Verfügung stellen, im Moment nicht benutzt oder eine bestimmte Kolportage nicht benutzt, die ganz wichtig ist? Ich glaube, dass die Autonomie der Medien viel geringer ist in dieser ganzen Frage, als Thomas Leif sich das wünscht. Für mich war das einschleidendste Ereignis der Wahrnehmung von medialer Machtlosigkeit, wie die Türme in New York zusammenbrachen, wie ich live sehen konnte von CNN, wie das Flugzeug in den Turm flog und das Medium. Niemand hatte die Chance, mich sozusagen das zu filtern, mich vor diesem Eindruck zu schützen und wenn man das sozusagen jetzt mal auf einer sehr abstrakten Ebene begrifflich fassen will, war das eine PR-Aktion, psychologische Kriegsführung einer terroristischen Gruppe und insofern eine inszenierte Kommunikation. Das muss man sich klar machen, wenn man wissen will, wie Machtkampf aussehen kann und ich finde, diese Dimension des Machtkampfes, des Wissens, was eigentlich dahinter steht, hinter dem Machtkampf, dem Wunsch auch herrschen zu wollen, den muss man sich klar machen. Es gibt aber auch ein neueres Beispiel, also es ist in Italien einer Bewegung gelungen, die Medienarbeit verweigert, praktisch zum Wahlsieger zu werden mit weit über 25% der Stimmen, Cinque Stelle. Da mussten keine Türme in die Luft gesprengt werden, da sind irgendwie keine Morde passiert und trotzdem hat das funktioniert. Also ich möchte darauf hinweisen, wenn wir über Machtkampf sprechen und gesellschaftliche Auseinandersetzung, ist die Rolle der Medien mitunter sehr wichtig, mitunter rein als Transportmittel, mitunter auch als Gestalter und wir müssen uns hier immer klar machen, als Politiker würde ich mir immer taktisch und strategisch klug überlegen, in welcher Situation bin ich eigentlich und wie will ich die Medien nutzen. Wahlkampf ist 100% PR und die Medien können sich gegen schlechte PR kaum wehren. Der Beitrag von Kurt Kister in der Süddeutschen Zeitung wurde hier ja auch schon mehrfach erwähnt, ich habe ihn auch gelesen und ich muss am Ende jetzt, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, sagen, eigentlich finde ich das ein bisschen lamoyant von dem Herrn Kister. Ein anderer Satz wird auch gerne gesagt, Helmut Schmidt soll die Medien kritisiert haben, ich habe die Belegstelle aber nicht mehr gefunden, dass die Medien verantwortlich sind für den Niedergang der Politik. Das dem Helmut Schmidt kann man ja fast nicht widersprechen, aber ich habe das Gefühl, ich glaube das nicht so richtig. Allerdings glaube ich, dass die Medien gute Politik und gute PR auf das Niveau von schlechter PR herunterziehen können. Meine Erwartung, was die Medien leisten sollen zum Hochamt der Demokratie, ist natürlich in einem komplexen Zusammenhang eingebettet und ich kann jetzt keine politikwissenschaftliche Vorlesung halten. Aber kurz gesagt, meine persönliche Erwartung und ich muss jetzt dafür niemand anderen sprechen, ist, Sie müssen die Idee der Inklusion in die politische Sphäre übertragen. Heute in Deutschland, wir reden von Migration, wir reden von Europa, wir reden von der Auflösung volkswirtschaftlicher Grenzen, wir reden von Geldpolitik, wir reden von soll die Türkei noch mit nach Europa oder machen wir die Tür jetzt zu, wir reden eigentlich permanent um die Frage, wo wir die Grenze ziehen. Politik heißt, ich muss eine Grenze ziehen, damit ich definieren kann, was innerhalb der Grenze passiert, darum genau geht Machtkampf. Und die Medien, die Politik muss nicht das Interesse haben, die politischen Parteien müssen nicht das Interesse haben, diese Grenze von sich aus aggressiv zu definieren. Da würde ich sagen, macht die Merkel im Moment perfekt und ihre Agentur auch, die mal einen großen Kreis in der Mitte und sagt, das sind wir, die anderen sind irgendwie außen rum und haben sozusagen, die Grenze wird an die Peripherie verlagert und da muss man eigentlich auch gar nicht so richtig darüber diskutieren. Das ist nicht konfrontativ und das ist, glaube ich, aus der Perspektive, aus der strategischen Perspektive von der CDU und von Merkel alles auch ganz schlau gemacht. Die Medien aber müssen das nicht mitmachen. Und dann ist jetzt die Frage, welche Spielräume haben die Medien und wie verhalten sie sich? Medien können zuspitzen und können die Kernfragen stellen, die in einem Machtkampf zu beantworten sind. In einem Wahlkampf, der eine Machtfrage entscheidet. Was ist das Wichtigste? Was ist die wichtigste Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, die uns, unser Land, unser Leben am stärksten beeinflussen wird? Worum sollten wir uns darin vorrangig kümmern? Wie wollen wir uns kümmern? Was wollen wir tun? Wer soll die Führung darin übernehmen? Und was heißt eigentlich wir? Fünf ganz banale Fragen, wenn Sie die mal genau auf die politische Agenda und auf die Wahlprogramme drauflegen. Mir hilft das sehr, zu einem eigenen Urteil zu kommen, allerdings mit dem deprimierenden Ergebnis, dass die wichtigste Frage nicht behandelt wird, nämlich die Zukunft Europas. Da sagt dann eine ehemalige Kollegin dem ehemaligen Außenminister Europa, kriegen Sie an die Leute nicht ran. Der gleichzeitig erzählen kann, dass auf den Gängen überall in Berlin gewispert wird, was denn nach der Bundestagswahl, egal wer regiert, passieren wird. In Europa, mit Europa. Ich muss also feststellen, das habe ich so vielleicht irgendwo mal in einer Kommentarspalte irgendwo gelesen, das wirkt dann immer so ein bisschen paranoisch in den Medien. Ich frage mich, wieso schaffen eigentlich die politischen Medien in Deutschland nicht, diese Zukunftsfrage, existenzielle Zukunftsfrage so aufzubereiten, dass sie sozusagen mir und dem Publikum hinreichend bewusst wird und dass sie sozusagen die Politik dazu nötigt, Antworten zu geben. Ihre jeweiligen Antworten. Die Medien schaffen es im Moment nicht oder wollen es nicht, die Politik an dieser entscheidenden Zukunftsfrage zu prüfen. Meine These ist, ich habe da eine Frage übernommen von Sascha Lobo, Medien müssen sich in der Behandlung dieser Frage entscheiden, sehen Sie Politik als Spiel zur Machterhaltung oder geht es um etwas anderes? Machen Sie das sichtbar, was die Differenz zwischen dem Spiel zur Machterhaltung und dem, worum es eigentlich geht oder tun Sie es nicht? Einen anderen Satz, den ich wirklich auch kurz gefunden habe von Helmut Schmidt, der von einem Imperialismus der Bürokratie spricht, schützen uns die Medien vor dem Imperialismus der Bürokratie. Das würde ich finden, ist auch eine Kategorie, eine Formulierung, die könnte man, wenn man will, an die Merkelsche Agenda anlegen, sozusagen auf bürokratischem Wege zu agieren. Die Rolle der Medien im Wahlkampf ist eingeschränkt. Der Herr Kistler hat heute von Klischees gesprochen. Es ist klar, die Medien müssen eine bestimmte Form von Kolportage übernehmen. Sie müssen bestimmte, das Fernsehen hat nur bestimmte Möglichkeiten, das dann immer dazu führt, dass wenn irgendwo Überschwemmung ist, sehen wir immer diese armen, ich weiß nicht, sind das Festangestellte oder Praktikanten, die sich vor die Flüsse stellen müssen und dann irgendwelche Leute diese Sandsäcke tragen, wie es ihnen gerade geht. Das ist so furchtbar und das etwas Ähnliches, also das Medium ist aber unersättlich, wir brauchen Bilder. Etwas Ähnliches passiert natürlich dann auch im Bereich der Politik. Die Medien sind also den Formaten ausgeliefert und nur zum Teil haben sie Regie darüber. Ich würde aber sagen, in Fragen des Machtkampfes, da habe ich mit Kolportage kein Problem. Machtkampf ist Drama und Tragödie. Wo haben wir in Deutschland in der Berichterstattung über den Machtkampf im Moment Drama und Tragödie? Das wird alles runtergezogen aufs Kleinste und wir reden über die, was weiß ich, wenn Sie sich die Programme anschauen, die Talking Points. Man fragt das Publikum und sagt, worüber sollen wir im Wahlkampf sprechen? Und das Publikum sagt, ja ich hätte lieber niedrigere Mieten oder irgendwie mehr Kinderbetreuung, sowas, was mir so einfällt für meinen Alltag. Das ist alles richtig. Die Wahrheit ist nur, kaum ist man gewählt, muss man was anderes machen. Das hat Herr Fischer erfahren, als er, kaum war er an der Regierung, er wollte auch nicht lachen, wenn Sie sich erinnern an die Bilder, wie er mit Schröder vor die Presse ging. Er wollte nicht fröhlich lachen, Schröder sagte immer lachen, lachen und er wollte nicht lachen, weil er sagte, ich wusste, was auf mich zukommt. Und er hat dann eben die Soldaten in den Krieg geschickt. Oder denken Sie an die Frau Merkel, die hat auch nicht geglaubt, dass sie die Energiewende machen muss. Denken Sie an all die großen Themen, die schon Wahlkämpfe entschieden haben, wo es dann eben um Macht ging und nicht um die Umsetzung irgendwie eines neuen Sozialprogrammes. Gegen das ich im Übrigen nichts habe. Medien könnten das thematisieren. Meine Beobachtung ist, wer nicht die Macht will, sondern nur den Job, der will sich den Medien und ihren Formaten opportunistisch anpassen und die anderen nicht. So, an der Stelle werde ich jetzt mal ein bisschen abkürzen, damit ich hier nicht aus der Zeit laufe. Wird Frau Merkel, ich komme nochmal zu den sieben Fragen, wird Frau Merkel von den Medien bevorzugt? Ich würde sagen, so wie das im Moment läuft, ist sie einfach cleverer. Sie vermeidet es, mit Journalisten sozusagen vor Kameras kontrovers zu diskutieren. Sie macht die Woche der Bundeskanzlerin, habe ich gesehen, verschiedene YouTube-Kanäle. Frau Merkel braucht sich gar keine Sorgen machen um ihre Visibility in den Medien. Sie ist irgendwie alle paar Tage in Brüssel oder sonst wo und trifft sich mit dem chinesischen Ministerpräsidenten, zeigt ihre Raute. Und man sieht, die Frau Merkel sitzt am Steuer, das ist die Stunde der Exekutive, die Krise und die führt diesen Wagen, wie eine Frau fährt, bedachtsam, nicht so schnell wie andere, nicht so ruckhaft. Und wir fühlen uns alle irgendwie wohl. Sie diskutiert nicht mit uns. Aber vielleicht ist es auch besser so, weil sie hat das ja irgendwie alles im Griff. Ich finde es faszinierend, wie sie es schafft, dass sie nicht verantwortlich gemacht wird für die Fehler ihres Kabinettes. Das ist wirklich faszinierend. Das erreicht sie, indem sie nicht in die Talkshow geht. Indem sie einfach nicht das kontroverse Interview führt. Und die Medien können sie nicht dazu zwingen. Insofern würde ich also sagen, nein, sie wird nicht wirklich bevorzugt. Aber vielleicht kommt sie einer Tendenz in den Medien entgegen, die auch so einer Wohlfühltendenz, ist, dass man niemanden so richtig erschrecken will, dass man eben diese großen Fragen, auf die ich gerade gekommen will, nicht stellt. Und wie sie dann sozusagen den politischen Gegner diese Wohlfühlthemen entwendet, finde ich wirklich faszinierend. Auf einem Verbrauchertag, da hatten die Grünen ihr 337-seitiges Parteiprogramm schon lange der Öffentlichkeit übergeben. 337 Seiten. Die CDU arbeitet irgendwie noch dran, auch im Dialog, glaube ich. Frau Merkel auf einem Verbrauchertag telefoniert und spricht mit dem Verbraucher und macht da ihre Versprechungen. Das hat dann einer zusammengerechtigt, 30 Milliarden. Und dann geht sie in die Partei und sagt, ah, nein, es waren ein paar Missverständnisse an der Stelle. Ich habe das so mal so gesagt. Nehmt es nicht so erst. Wir machen ja das Programm noch. Sensationell. Und die Medien schaffen es nicht, sie zu stellen. Großartig. Also im Sinne der Machterhaltungsstrategie von Frau Merkel ist das alles perfekt. Und das Einzige, was ihr passieren kann, ist, dass die Krise mit Macht zurückkommt. Mit Macht zurückkommt und dann plötzlich sichtbar wird, dass sie vielleicht bisher nur Glück gehabt hat. Oder dass sie dann nicht die Zeit hat, wie bisher, was ja vielleicht sogar klug war, andere Menschen konträre Interessen über eine Zeitschiene langsam zusammenzubringen. Sondern, dass sie dann gezwungen ist, zwei Wochen vor der Wahl zu bekennen. So, jetzt müssen wir einen Schuldenschnitt in Griechenland machen. Katastrophe. Dann ist alles neu und dann zeigt sich die Schwäche dieser Strategie. Sie hat sozusagen keine Argumentationsplattform aufgebaut. Sie kann mit den Leuten nicht mehr diskutieren und kann ihnen nicht mehr sagen, Leute, ich habe euch doch gesagt, da war ein Risiko. Jetzt ist es halt so weit, da müssen wir jetzt durch. Das wird sie dann nicht sagen können. Und dann wird sehr wahrscheinlich die große Stunde von Herrn Steinbrück. Wird Herr Steinbrück von den Medien demontiert? Ja, schon. Aber warum lässt er das zu? Also, ich komme nochmal auf den Eingang. Wenn jemand die Macht will, dann fängt er doch nicht an zu weinen, weil er irgendwie gefault wurde. Dann macht man was dagegen. Dann muss man auch was zeigen. Und ich finde, er hat, ich bin selber wirklich inzwischen nicht sicher, ob er die Macht will. Herr Fischer sagte mir dann gestern, ja nein, die SPD wollte noch nie die Macht. Die Grünen auch nicht. Die CDU will die Macht, weil sie denkt, dass sie ihr sowieso gehört und sonst niemandem. Und ich halte das für einen entscheidenden Unterschied. Das ist der Content, den die Leute mitkriegen im Fernsehen. Da brauche ich nur eine halbe Minute zu sehen. Und die Frau Merkel steht da so neben irgendeinem Großpolitiker oder zwischen 20 dunkelgekleidenden Männern und ich sehe, die will die Macht. Frau Merkel hat Herrn Kohl und Herrn Schäuble in einem Akt aus dem Weg geräumt. Die hat sich was getraut. Ich habe das von Herrn Steinbrück noch nicht gesehen. Sagen Sie mir noch jemanden, der sich so viel getraut hat, sich so exponiert hat. Die Frau Merkel hat uns allen schon bewiesen, sie will die Macht. Das ist der Content und das macht sie stark. Und der Herr Steinbrück sagt Sachen. Eine gewisse Spontaneität lässt einem manchmal Worte aus dem Mund purzeln, die man mit einer Zeitmaschine gerne wieder zurücknimmt. Das ist nicht der Wille zur Macht. Sorry. Das kann man, das muss man anders machen. Und das ist jenseits von Kanälen und Fehlern und hatte jetzt der Pressesprecher, ist der zu spät rausgeworfen. Das ist genau die Unentschlossenheit, die für mich dort spürbar wird. Und wenn ich, und ich würde auch sagen, es ist immer noch nicht zu spät. Das muss gar nicht am Steinbrück liegen. Nur Entschlossenheit, ohne Entschlossenheit, gewinnen sie die Macht nicht. Muss Trittin im Wahlkampf Bussi der Heute-Show mitfahren? In Klammern, weil Nibel es auch gemacht hat. Ja, klare Antwort, nein, muss er nicht. Mehr noch, sollte er nicht. Und vor allem, weil es vorher Nibel gemacht hat. Und was ich aber sozusagen im Nachgang, das ist jetzt ja ein paar Tage her, dass ich es gesehen habe, ich habe selber ungläubig vor dem Fernseher gesessen und ein bisschen hysterisch gelacht. Und dann habe ich danach gemerkt, wie unangenehm mir dieses Lachen eigentlich ist. Und zwar, weil diesmal nicht nur eine Seite der Dumme war. Also man kennt dieses hämische, schadenfrohe Lachen, was man dann manchmal hat. Und wenn man alleine zu Hause ist, darf man das ja auch. Sondern beide Seiten waren peinlich. Beide Seiten sind peinlich. Wir reden über Medien und Macht und Medien und Formatierung. In dem Fall haben sich die Journalisten auch ad absurdum geführt. Sie haben sich selber so sehr auf die Schippe genommen, dass man sagen muss, ja okay, wenn wir alle hier uns zum Affen machen und in einem klabberigen Wohnmobil machen wir Wahlkampf, Bussi, dann warum sollte ich mir das eigentlich noch angucken? Wo ist denn die Relevanz? Also jetzt das einmal der Witz ist, dass der Herr Strittin nicht mehr als Darth Vader auftritt, sondern irgendwie im Wahlkampf, Bussi, genervt wird, weil man ihn so lange warten lässt. Das ist wirklich destruktiv, finde ich. Und Hinweis an die Redaktion würde ich so nicht machen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja einen Bildungsauftrag. Darf Raab das Kanzlermodell kromoderieren. Für mich ist dieses Thema ein Beispiel für die Selbstaufgabe des Journalismus. Ich finde ja schon die Idee, dass ARD und ZDF gemeinsam sowas moderieren, Wahnsinn. Also das muss man sich mal vorstellen. Nehmen wir mal an, die haben beide profilierte politische Redaktionen, die sonst nicht miteinander arbeiten, sondern gegeneinander. Aber beim Kanzler-Duell sitzen die dann plötzlich einträchtig nebeneinander und führen eine scharfe Diskussion oder so. Da ist doch klar, da werden vorher Fragen abgestimmt. Das ist doch furchtbar. Der Fehler liegt doch nicht in der Frage, ob Herr Raab hinkommt, sondern der, der herabkommt ins Spiel, weil man sich vorher schon auf diesen komischen Kompromiss eingelassen hat. Dann macht man es halt nicht. Dann mache ich halt kein Kanzler-Duell, wenn ich es nicht alleine kriege, exklusiv. Oder man sagt, ja mal machst du es, mal ich. Nicht wie beim Fußballspielen. Das Endspiel wird auch nicht gleichzeitig in beiden Sendern übertragen. Was ist das für eine absurde journalistische Überlegung? Das ist eben keine journalistische Überlegung. Das ist im Grunde Ausdruck einer intellektuellen Korruption. Ich finde das wirklich schwach. Und das führt dann zu dem Nächsten. Dann komme ich von ARD und ZDF, dann sagt jemand ProSieben, ja wir auch. Und dann kommt ProSieben mit seinem erfolgreichsten Moderator. Und dann muss man sich natürlich bei ARD und ZDF, der hat ja übrigens schon den Song Contest, wie der hieß, so erfolgreich gemacht. Dann muss man sich fragen, vielleicht sollte der unser leitender politischer Redakteur werden. Weil der erreicht ja die Entrechteten und Verelendeten, die sich sonst für die Politik nicht mehr interessieren. Leute, Machtkampf, Kanzlerduell, Klarheit, Zuspitzung. Also von mir aus darf Herr Raab das Kanzlerduell moderieren, aber bitte alleine. Die nächste Frage, was steht eigentlich in der Zeitung? Ich spreche die ganze Zeit eigentlich nur von TV, wenn Sie es merken. Und ich glaube auch, dass der Grund, warum TV so wichtig ist in der Politik, daran liegt, dass ich die Leute sehe, denen ich die Macht geben soll. Weil das weiß jeder. Es wurde heute wenig darüber gesprochen. Es wird immer über Dialog und Einbeziehung und welche Vorstellungen wir haben. Ich weiß als Wahlbürger immer schon, wenn ich gewählt habe, übertrage ich ein Mandat. Und ich möchte wissen, wie der ist. Und ich habe wenig Gelegenheit. Deswegen ist die Personalisierung in der Politik auch wichtig. Natürlich ist es richtig, irgendwie so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist so jemand und wie bewegt er sich. Und dass ich dabei getäuscht werden kann, das weiß ich natürlich auch. Zeitung ist ein Problem. Mir ist das nochmal aufgefallen bei der Recherche zu meinem Vortrag hier. Ich weiß nicht mehr, was in der Zeitung steht. Ich lese Internet. Ich habe doch, früher hatten wir in der Agentur 20 verschiedene Zeitungsausgaben. Die kamen jeden Morgen so ein Stapel Zeitungen ins Büro. Das kommt doch gar nicht mehr. Wir halten irgendwie noch die Börsenzeitung über Wasser und so. Weil man auch weiß, wenn man da jetzt noch das Abo kündigt, irgendwann ist da ein Schluss. Ansonsten ist die Wahrheit, dass wir alles im Internet finden. Ich finde auch den Herrn Kister, habe ich im Internet gelesen, habe ich nicht in der SZ gelesen. Nur weil ich jetzt zufällig als geübter politischer Bürger und Profi weiß, dass Herr Kister bei der SZ ist, habe ich mir das selber sozusagen zugerechnet. Nur die Absenderautorität der Tageszeitungen geht verloren. Die Wahrheit ist auch, in den Tageszeitungen stehen unglaublich viele gute, lange Stücke. Ich habe zum Beispiel, hatte ich rausgesucht, Herr Schiermacher im Gespräch mit Martin Schulz und Herrn Beck. Tolles Interview. Wir müssen mehr Willy Brandt wagen. Schiermacher in der FAZ, da haben sie über Europa gesprochen. Das findet in der FAZ auf der ersten Seite des Fötons eine ganze Seite statt. Großartig, aber ehrlich gesagt, ich habe es im Internet gelesen. Und das ist natürlich schwer dann für Journalisten, da ein Profil aufzubauen. Das stärkt natürlich Kolportage. Das muss ich sagen, und zwar in einer negativen Weise. Die Geschichten erzählen sich von selbst. Und da wurde von mir verlangt, dass ich Lösungen formulieren soll. Kann ich leider nicht. Vorletzte Frage. Ist die Erscheinung der Piraten eine ins politisch gewendete Medienkritik? Absolut ja. Die Piraten wollen die Macht nicht. Sie wollen nicht, dass irgendjemand die Macht hat. Aber die Macht ist da. Die Macht ist da. Die Macht ist sozusagen institutionell da. Nicht nur, weil es ein Bundeskanzleramt gibt. Auch aus der Art und Weise, wie wir unser Leben organisieren. Die Piraten wollen das nicht. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass sie angewidert sind, was ich gut nachvollziehen kann, von der Art und Weise, wie Medien und Politik kommunizieren mit dem Bürger. Vorgeblich kommunizieren. Und vielleicht finden die ja irgendwann noch raus, wie man sozusagen auf irgendeine schlaue Weise zu Delegation und Repräsentation kommen kann, um dann eben doch zu akzeptieren, dass es Macht gibt und irgendjemand sie sozusagen stellvertretend in die Hand nehmen muss und Entscheidung treffen muss und in Brüssel in irgendeiner Nachtsitzung irgendwas aushandelt. Letzter Punkt. Also ich würde noch sagen, bisher wurde von den Medien immer gesagt, die Politik muss sich mit den Piraten auseinandersetzen. Sozusagen die Piraten als Provokation der Politik. Ich würde sagen, vielleicht ist es noch viel stärker eine Provokation der politischen Kommunikation und des politischen Journalismus. Warum muss sich eine Piratenpartei gründen, wenn es journalistische Medien gibt, die die Bürger in die politische Kommunikation einbeziehen? Weil dann hätten wir ja die anderen Parteien mit den Führungskräften, die nur darauf warten, an die Macht zu kommen. Ich finde, diese Frage sollten sich die Journalisten mal stellen. So, letzte Frage. Kennt Herr Diekmann den Film Weg the Dog? Kennen Sie alle den Film Weg the Dog? Irgendjemand nicht? Nein. Also, Weg the Dog ist ein Film, ich glaube 1995, weiß nicht genau. 97. In diesem Film geht es darum, dass die amerikanische Präsidentschaft gerettet wird. Der Präsident wird einem Skandal nachgesagt mit einer Praktikantin kurz vor der Wahl. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir das Thema aus den Medien? Und da greift man dann auf einen Hollywood-Regisseur zurück, Robert De Niro als Strippenzieher, als Spin-Doktor, akquiriert einen Hollywood-Regisseur, der inszeniert einen Scheinkrieg irgendwo im Balkan, der nicht stattfindet in der Realität, aber er liefert die Bilder, er liefert die Geschichte, die Nachrichtenmedien können berichten, man überlebt die Zeit, alles hat geklappt nach allen möglichen Katastrophen und Verhinderungen. Die Täuschung ist perfekt, der Präsident ist wiedergewählt. Der Hollywood-Regisseur und Robert De Niro zusammen im Büro feiern im Grunde den Erfolg und der Regisseur begreift so richtig, dass das der größte, die größte Ding ist, das er in seinem Leben gemacht hat. Und De Niro sagt ihm, du weißt, dass du davon niemandem erzählen darfst, nie. Konnte er sich nicht zu entschließen. Und dann hat Herr De Niro, wie das nur De Niro kann, ihm nochmal ernst in die Augen geschaut und gesagt, du musst jetzt sagen, ja oder nein, weil das ist doch klar, das geht nicht. Ja, nee, er dachte, er kann doch diskutieren, als ob es weiter ums Drehbuch ging. Und dann endet der Film damit, dass der Regisseur erschossen wird von vier GIs, die da draußen schon rumstanden. Und deswegen stelle ich die Frage, ob Herr Diekmann den Film Back the Dog kennt, weil ich finde, Journalisten müssen immer wissen, dass die Macht der Medien und die Macht der Macht zwei ganz verschiedene Dinge sind und dass ihre Pflicht ist, über die Macht der Macht zu sprechen. Und wenn ich sehe, wie sich Herr Diekmann mit Herrn Rösler herzt, bin ich mir nicht sicher, ob er den Film gesehen hat. Fazit. Die meinungsführenden Medien befinden sich jetzt nach meinem Gefühl mit der politischen Elite der führenden Parteien und den Eliten aus Wirtschaft und Gesellschaft in grundsätzlicher Übereinstimmung bezüglich des Umgangs mit dem zentralen Problem der Euro-Krise. Europa, das kriegen wir an die Leute nicht ran. Das finde ich das eigentlich große Defizit. Wenn man sich mal klar macht, wie vielschichtig diese Debatte ist, Europa und was wir alles für unser Gemeinde, wie die Polis darüber diskutieren könnte, ist das eine unfassbar vergebene Chance, zu definieren, was das Wir ist, wer zu uns gehört, wie wir mit wem zusammenleben wollen, wem wir was abgeben. Unglaublich, unglaublich, sehr traurig und meine Forderung an die Medien wäre, mehr Mut zur inhaltlichen Kompetenz, auch im Umgang mit diesem Thema. Dankeschön. Applaus Ja, danke Michael Behrendt für diesen schönen Vortrag. Das zeigt so ein bisschen auch die kulturelle Kraft des Zweifels. Fragen stellen ist immer viel wichtiger als Antworten geben und ich wäre eigentlich gerne dabei, wenn er die Freaks von der HSH Nordbank berät, mit dem gleichen Stil, wo viel auftaucht. Wir machen weiter. Ich glaube, das ist eine kleine, wirklich eine Luxussituation mit unserem Trampolin, so ein Impulsreferat und dann eine Intervention nennen wir das. In dem Fall kann es ruhig ein bisschen länger werden, eine knappe Viertelstunde von Lutz Hachmeister. Ich glaube, viele kennen ihn natürlich, er ist so eine Art Fox-Terrier der Medienszene, kann man sagen. Von vielen Bühnen zu Hause, Autor schreibt, macht Filme von McCarthy bis zum Thema jetzt Wolf in Arbeit, aber hat auch dieses Institut für Medienpolitik mit ganz klassischer Politikberatung, war beim Krimi-Institut. Wer ist richtig getroffen, so eine Mischung auf Deutschland bezogen zwischen Tom Wolf und Boris Vian? Das ist besser als der Fox-Terrier. Auf Fox-Terrier, Terrier, der beißt ja gelegentlich auch, wenn er auch ein bisschen diplomatisch ist, oder? Die Mischung, dazu noch Hedonist. Ich habe auf der Bunte gesehen, dass die Wolf mit dieser Frau, was jetzt untersagt worden ist, die hat so einen kleinen Hund. Ist das eigentlich ein Fox-Terrier? Ist ein Mischling jedenfalls. Also es wurde gesagt, dass sie sich darüber kennengelernt hat. Ja, das stimmt. Also insofern. Aber jedenfalls ein bisschen tausenddasser, ein bisschen kurios, man weiß nie genau, wo er die Strippen zieht, hat jedenfalls eine ziemliche Medienahnung. Und der Grund war eigentlich für den Kontakt 2009, 2007 Nervöse Zone, ein Buch, was sich leider nur 3000 Mal verkauft hat. Warum so ein Flop? Ein gutes Buch, schlechter Verkauf. Danke, also es war die erste Auflage, die sich verkauft hat und das war im Prinzip auch das, was zu erwarten war. Also Bücher über Medien interessieren in der Regel Leute, die selbst in den Medien arbeiten, die aber nicht genug Zeit haben, um sie zu lesen. Und insofern war ich da, war das genau der Verkauf, den ich auch angenommen hatte. Der Verlag hat vielleicht etwas mehr erwartet, aber er war auch nicht allzu enttäuscht. Damit die Leute einen Schullöffel haben, wenn man... Sie sind da plus minus null bei rausgegangen. Okay, wahrscheinlich haben die Autoren kein Geld bekommen. Wenn man die Kernthese von der Nervösen Zone nochmal zuspitzt, auf den Wahlkampf 2005 bezogen, war ja der Befund, es gab im Grunde, ich übertreibe etwas, ein publizistisches Kartell, auch gegen Schröder. Ja, das war das, was mich an der Sache interessiert hat. Es gab eigentlich keine zureichende Theorie des, sage ich mal so, neobourgeoisischen Journalismus, also dieser Zusammenfügung von Frank Schirrmacher, Stefan Aus, Giovanni Di Lorenzo mit ganz unterschiedlichen biografischen Hintergründen, aber sie hatten schon in der Rechtschreibreform, erinnert man sich kaum noch dran, versucht, gemeinsam zu agieren. Es gab Editionen, Intervieweditionen gemeinsam vom Spiegel und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also Dinge, die 15, 20 Jahre vorher vollkommen unmöglich gewesen wären. Da war der ideologische Graben, die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit der Frakturschrift noch auf der Titelseite, mit Leitartiklern, die im Grunde bellizistische Interventionisten waren, Alarmisten im Grunde, dass der Russe doch noch kommt, irgendwann, und auf der anderen Seite so der Spiegel in seinem typischen Stil, recherchierend, zynisch, und dann die Süddeutsche so ein bisschen bajuwarisch ausgleichen. Das war also, es war, Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau war noch da, wurde als linksliberales Platz zumindest ernst genommen, die Taz als neuer Mitspieler. Also man konnte doch die Qualitätsblätter inhaltlich, ideologisch relativ klar unterscheiden. Und beim Wahlkampf 2005 kam es zum ersten Mal so zusammen, dass sie alle einen Zusammenschluss wagten gegen den, sozusagen gegen Schröder, der nochmal antrat, und nicht unbedingt für Merkel, aber im Grunde entwickelte sich so eine Art Zweikampf zwischen Schröder, der sagte, ihr, euch vertraue ich überhaupt nicht mehr, ich gehe auf die Marktplätze, ich halte meine Reden, wenn überhaupt, rede ich direkt in die Kameras und diese Presse ist eigentlich nur noch ein Störenfried, der mich daran hindert, diese Aufholjagd zu beginnen. Das hat für ihn damals sehr, sehr gut funktioniert. Wer sich noch daran erinnert, also zu Beginn des Wahlkampfes war der Mann schon tot und es war klar, dass Angela Merkel die Kanzlerin würde und dann kam diese legendäre Aufholjagd und dann dieser unglaubliche Fernsehauftritt, wo er vorher zwei, drei Rotwein getrunken hatte und sagte, ich bin doch Kanzler und die Merkel sagte, habe ich irgendwas nicht verstanden hier und der Westerwelle guckte ganz merkwürdig und Fischer auch und insofern hätte er es fast nochmal geschafft und diese Konstellation hat mich damals interessiert, wie das zustande kam. Im Grunde ist es so eine Art Ethnografie des Hauptstadtjournalismus daraus geworden, also wo ich begriffen habe, dass man Journalisten nur auch aus ihrer eigenen ökonomischen Interessensposition heraus begreifen kann. In dem Moment war es so, dass Journalisten und Politiker gemeinsam im Grunde auf einer abschließlichen Bahn sich befanden gegenüber übernationalen globalen Mächten, also der globalen Ökonomie, dem immer noch funktionierenden globalen informationstheoretisch-militärischen Komplex, der sich da so herausbildet, auf den übrigens Obama jetzt vollkommen setzt. Das begreifen ja viele nicht, dass das sozusagen die schärfste Waffe der USA ist, deswegen auch diese NSA-Geschichten, die im Augenblick ja nicht so verblüffend aufgedeckt werden. Während der nationale Journalismus und die nationale Politik sich demgegenüber komplett in einer Verliererrolle sehen, zumindest empfinden. Natürlich kann man auch viel auf einer nationalen Ebene entscheiden, manchmal sogar auf einer Länderebene, aber im Prinzip verglichen mit diesen Machtdynamiken, um den Machtbegriff aufzugreifen, stabilisiert man sich quasi aneinander. Man spielt die alten Rituale nochmal durch in einer verändernden sozialen Position und im Prinzip geht es jeweils um die Sicherung des eigenen Status. Tom Wolf, Max Weber, zentraler Begriffsstatus, also der bürgerliche Journalismus, der viele 68er, Altgrüne auch noch aufgesaugt hat, Bernd Ulrich bei der Zeit zum Beispiel, katholische Grüne, so eine merkwürdige Gemengelage. Wir verdienen sehr gut, verdienen viel, viel mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung, haben aber auf der anderen Seite die Kritikfunktion. Es geht sehr, sehr schwer nur zusammen, da muss man sehr diszipliniert arbeiten, um das zusammenzubekommen. Und die Politiker auf der anderen Seite, die eigentlich sich freuen, dass sie auf einer nationalen Ebene so gespiegelt werden und ihre Bühne haben und ihre Fläche haben, das ist im Prinzip objektiv in die zweite Liga gerutscht, während Machtpolitik im Grunde im Weltmaß, im planetarischen Maßstab, wie Heidegger gesagt hätte, ganz woanders abläuft, entweder in Brüssel oder in Washington oder in Peking. Und der Wahlkampf 2005 war eigentlich ein Reflektor der Intuition, dass es so ist. Das hat versucht, das Buch zu beschreiben mit Einzelporträts über Schirrmacher und diese neue Deutschwerdung, die es damals gab. Vielleicht erinnern Sie sich noch einige daran, dass es fünf, sechs Bücher gab, dass man wieder stolz auf Deutschland sein soll. Matthäus Matuszek zum Beispiel, eine Figur, die früher beim Spiegel nie rössiert hätte. Das einzige Ressort, was beim Spiegel vor der Jahrtausendwende rechts sein durfte, war das Wirtschaftsressort. Die waren immer relativ rechtsunternehmerfreundlich, das wurde auch so geduldet. Ansonsten war es so im weiteren Sinne linksliberal das Blatt und jemand wie Matuszek, der sagt, ich finde den Papst großartig, ich liebe die katholische Kirche, wir müssen wieder stolz sein auf unser Land, das hätte es nicht gegeben. Das waren die Veränderungen, die in dem Buch beschrieben wurden. Aber 2005, um das zu bilanzieren, kann man auch als Zäsur sehen, dass schon der gesamte politische Hauptstadtjournalismus nach rechts gerückt ist. Ja, das habe ich so. Das alte linksliberale Projekt war tot, die Frankfurter Rundschau gibt es ja quasi nicht mehr heute. Ironischerweise ist sie von der Frankfurter all meinen gekauft worden. Das ist großartig. Also als historisches Aperçu ist es einfach großartig. Die Süddeutsche ist so, wie sie ist. Das ist so ein Ersatzverfassungsgericht, also so ein zweites Bundesverfassungsgericht mit ordentlich stilistisch amüsanten Artikeln. Und ansonsten sind wir in so einem Pop-Neokonservatismus, den am besten so die FAS repräsentiert. Aber im Prinzip hat sich die Linke so in randständige marginale Blätter verflüchtigt. Und das geht einher, kann man sagen, auch steht es jedenfalls im Buch, mit so einer Entintellektualisierung. Ja, ich glaube, um Herrn Behrens Argument aufzunehmen, das Grausamste, was wir heute überhaupt beobachten können, ist der televisuelle Hauptstadtjournalismus. Also meine These ist ja, wenn man den einstellen würde, abrupt von ARD und ZDF, es würde sich nichts ändern. Die Politiker hätten ein bisschen mehr Zeit, sich auf die politische Arbeit, auf die Auseinandersetzung mit Ministerialbeamten und so weiter zu konzentrieren. Aber wenn wir diese Figuren los würden, so sympathische oder unsympathische sie im Einzelnen sein mögen, es würde niemandem auffallen von Ihnen hier, dass, wie Herr Deppendorf einen Kommentar ins Mikrofon spricht oder irgendjemand befragt, das ist im Prinzip überflüssig geworden. Und das war tatsächlich beim Fernsehen schon mal anders. Wir hatten andere Figuren mit einer anderen Ruppigkeit, auch einer anderen Ideologisierung, keine Frage. Man denke an die politischen Magazine von Gerd Löwenthal bis Klaus Bettnarz. Es hat einen anderen Spannungsgehalt, das kann man zumindest sagen. Und woran liegt die Auszehrung? Ja, die Auszehrung liegt natürlich an der Normalität des Wohlstands zum einen. Es gibt ja objektive Faktoren. Also, indem wir uns daran gewöhnt haben, dass die Dinge, abgesehen von dem Restviertel der Bevölkerung, also alles, was so mit dem unglücklichen Namen von Peter Harz verbunden wird, eigentlich ganz gut laufen. Also, wir haben so merkwürdige Bedrohungsszenarien, die immer wieder wolkig auftreten. Aber sie sind bislang nicht eingetreten für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Also, wofür brauche ich den ewig ständig warnenden und mahnenden Kritiker? Dann kommt dieser Merkel-Faktor dazu, der ja auch bei Helmut Kohl schon ein bisschen ausgeprägt war, des Aufsaugens von Interventionen. Also, wenn eine Kanzlerin Merkel auf einmal den Ausstieg aus der Atomenergie verkündet, dann ist das natürlich eigentlich ein sensationeller Vorgang. Das ist auch in Frankreich und anderen Ländern ja gar nicht passiert. Also, man könnte ja sagen, gut, das war jetzt auch, man konnte gar nicht anders nach Fukushima, aber andere Länder haben einfach so weitergemacht wie bisher. Und sie hat die Gelegenheit genutzt, diesen Cut jetzt zu machen. Wahrscheinlich auch nach vöhriger Absprache mit der Energiewirtschaft. Also, da wird ja viel im Hintergrund auch gelaufen sein, wie man das irgendwie hinbekommt. Und warum brauche ich dann diese ständig nörgelnden Interventionen? Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich demografisch-biografische Veränderungen haben. Also, dieser Typus des mit Schrammen und Narben versehenen Flack-Helfers, der im Prinzip aus den Trümmern dieses postnationalsozialistischen Landes, man muss ja wissen, dass im Prinzip bis in die 1970er Jahre hier Nationalsozialisten das Land regiert haben, im Wesentlichen. Industrie zum Beispiel. Es waren alles geschulte, in dem im Dritten Reich junge nationalsozialistische Kader. Erst dann sind die biografisch abgetreten. Da wollte man ja schon mal was machen. Augstein wollte halt den Adenauer zum Beispiel weghaben. Das war ein wütender Kampf, um im Prinzip eine sozialliberale Regierung an die Macht zu bringen. Und das ist natürlich weg. Von diesen Leuten gibt es keinen mehr. Die Leute sind, ich will da nicht polemisch werden, aber die sind heute bei Facebook und twittern so ein bisschen rum. Also nichts gegen Facebook und Twitter. Aber das ist so die Altersbeschäftigung. Und warum soll ich da, außer den wenigen, die sich bei Occupy und Attack und so weiter noch engagieren, warum soll ich da besonders heftig auftreten und intervenieren? Das sind so die beiden Faktoren. Machen wir einen Trampolinsprung auf die Wahlkampf-Szenarien 2013. Wie sieht denn da heute die Medienlandschaft aus, bezogen auf den Hauptstadtjournalismus? Man muss die Medien da ein bisschen in Schutz nehmen. Ich stimme da Herrn Behrendt auch vollkommen zu. Sie haben im Prinzip, ihre eigene Macht ist außerordentlich gering. Also ich bin da ganz bei Karl Schmidt und Max Weber. Das Politische macht die Politik und das Politische ist verankert in politischen Institutionen. Viel mehr als wir denken, als das Fernsehen zum Beispiel vermitteln kann, eben in der Ministerialbürokratie, bei den höheren Ministerialbeamten, die einfach die Papiere schreiben, die die Gesetze vorbereiten. Das Fernsehen kann ja immer nur Minister zeigen. Das zeigt halt Peter Altmaier und Thomas de Maizière. In Wirklichkeit sind die Staatssekretäre und die Ministerialdirektoren natürlich diejenigen, die die Pace machen. Die Politik kann eben nur, also die ministerielle Politik, auch die Kanzlerin nur Grundsatzentscheidungen vorgeben. Und ich denke, dass die Medien sich ja nur auf das stützen können, was ihnen vorgegeben wird. Und wenn die SPD-Performance so grausam ist, wie noch nach 1945 nie bevor, dann kann sie das auch nicht aus... Sie kann den Steinbrück nicht zu was anderem machen, als er ist. Er ist ja ein intelligenter Mann. Ich kenne ihn ja auch ganz gut. Und er ist eigentlich auch ein begabter Politiker. Aber die Außendarstellung ist nun mal so, wie sie ist. Da kann man auch nicht sagen... Ich gebe Ihnen recht, man könnte ein höheres Kritikpotenzial gegenüber der Regierung aufbauen. Das ist richtig. Aber was ist zum Beispiel mit der Bild-Serie, Bahnfahrt, Steinbrück, seine ganzen Geschichten, Pinocreggio, was ja ein bisschen lächerlich ist, was ja relativ hoch gejatzt worden ist. Und die Summe an vielen Kleinigkeiten, angeblicher Mietwucher, ist ihm vorgeworfen worden, und die vielen Vorträge, bestimmte Normalvorträge in seiner Zeit, waren ja da nicht besonders. Dies ist auch Normalität? Wird auch sozusagen nur von der Politik gesteuert? Also ich bin skeptisch bei so einer Verschwörungstheorie. Also wenn, dann ist es so eine strukturelle Harmonie zwischen diesen neobürgerlichen Journalisten und der Kanzlerin oder ihrem Kabinett. Aber auch daran glaube ich nicht einmal. Ich glaube, man hat jetzt erwartet einen Gegenkandidaten, der einfach präziser, schärfer, nicht immer in diesen einzelnen Übersprungshandlungen, sondern strategisch besser angreift. Und da ist die Erwartung einfach enttäuscht worden. Und ich sage mal, diese Hamburger Kumpanei, die auf Biegen und Brechen mit dem sozialliberalen Projekt geliebäugelt hat, und es gab eben noch diese beiden Figuren, Willy Brandt und Helmut Schmidt. Bei Helmut Schmidt fing schon so eine Abkühlung an, es wurde kälter in diesem Land, aber Willy Brandt war halt aufgrund seiner Biografie eine enorme Projektionsfläche. Diese Figuren sind einfach objektiv nicht mehr da. Und hat die Hamburger Kumpanei, also der publizistische Komplex, haben die ein neues politisches Projekt heute, 2013? Nein. Also ich denke, das Einzige, was erkennbar ist, ist so eine verschwommen grüne Haltung. Ich glaube, darauf könnte sich jeder, ich glaube, empirische Untersuchungen weisen ja nach, dass inzwischen die Mehrheit der Journalisten, der Elitejournalisten grün wählt. Das ist so. Danach kommt die CDU und dann erst die SPD und die FDP hat ganz wenig Anhänger unter Ressortleitern, Chefredakteuren, Abteilungsleitern und so weiter. Und das ist so dieses FDP, ich sage mal, die Grünen, die im Prinzip wohl situiert ihre Karriere gemacht haben, die aber trotzdem noch das gute Umweltgewissen haben und den Müll trennen und so weiter. Also das ist im Grunde so das Projekt, was bewahrt werden soll und weiter nach vorne geschoben werden kann. Aber es manifestiert sich auch in keiner Person mehr. Muss man sich denn Sorgen machen oder ist das sozusagen, wie es sich so anhörte, alles ganz okay und so ist es halt? Oder gibt es Grund zur Sorge? Nee, ich finde, es gibt keinen Grund zur Sorge. Wir brauchen einfach eine, also sage ich ganz ungeschützten, Radikalisierung der jüngeren Teile der Bevölkerung. Also solange da nichts passiert, das klingt jetzt komisch. Also früher war es immer so, dass die Jüngeren die Älteren vor sich hergetrieben haben und sie genervt haben und mit irgendwelchen Haartrachten und merkwürdigen Auftritten und Drogen und so was. Und heute ist es fast umgekehrt. Man muss sie immer anhalten, irgendwas zu machen, was einen etwas verblüfft. Und solange wir diese Situation noch haben, ist sozusagen die natürliche Generationenkonkurrenz gestört im soziologischen Sinne. Und da gibt es auch keine Antwort, jetzt macht mal die offizielle Politik spannender. Also wenn da nichts von unten nachkommt an Herausforderungen, dann werden die sich in ihrem wohligen Miteinander, also Elite-Publizistik und gehobene politische Klasse, auch so weiterbewegen. Solange es irgendwie noch klappt, mehr Geld zu drucken und mal den einen und mal den anderen zu retten und alles so halbwegs weiterläuft. Es kommt noch nicht mal eine Inflation mirakulöserweise, läuft das einfach so weiter. Aber woher soll die Radikalisierung kommen? I don't know. Sie kann ja nur aus objektiven Verhältnissen kommen. Und solange die, das ist jetzt fast Marx oder Hegel, also solange sozusagen das objektive Sein nicht motiviert zum Handeln, ist es einfach nur ein Wunsch oder auch eine Prognose, dass es irgendwann so kommen wird. Zum Abschluss so ein Doppelpunkt. Früher hätte im Grimme-Institut, hätte man gesagt, über diese skizzierten Entwicklungen und Linienführung muss es eine Reflexion geben in den Medien selbst. Gibt es überhaupt Reflexionsspeicher oder gibt es überhaupt eine annähernde Motivation, über die Dinge zu reflektieren? Es gibt temporär, also nachdem Schröder dann ein so gutes Ergebnis erzielt hat, da gab es sehr viele Artikel, wir haben etwas falsch gemacht, wir haben die Entwicklung nicht vernünftig, wir haben uns auf Umfrageinstitute verlassen. Das schläft dann aber sofort wieder ein. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, was Schelsky mal die institutionalisierte Dauerreflexion genannt hat, die für eine Demokratie wichtig ist, die gibt es nicht mehr. Es sind sowas wie die Mainzer Tage der Fernsehkritik abgeschafft worden, über deren Qualität kann man streiten. Die Medienkritik hat keine institutionelle Basis mehr, sie kann nicht genügend recherchieren, es gibt nicht genug Geld für so Kontrecherche und da wäre sicherlich auch eine Aufgabe politischer Stiftungen, weil wir ja hier bei der Böll-Stiftung sind, da stärker zu motivieren und stärker Mittel bereitzustellen, um dieses System, diese Elitenverflechtung vor allem auch zu durchleuchten. Zu der Machtfrage gibt es ein Gegenwort, das betrifft ja beide Referenten. Es gibt ja zunehmend eine jüngere Klasse von Politikern, ich nehme mal Frau Klöckner nur als Fallbeispiel, die ist immer im CDU-Bundesvorstand, die ihre gesamte politische Strategie, ihr gesamtes Handeln immer danach austaxieren, wie die Medienwirkung ist. Das heißt, in der Entstehungsphase von strategischen Überlegungen wird die Medienresonanz abgetastet. Wenn wir davon ausgehen, dass die Medien nicht ganz unwichtig sind, doch in ihrer Wirkung, in ihrem Resonanzkörper, dann wäre das doch eine Gegenthese zu den beiden hier, die sagen, Medien haben keine Bedeutung, sind machtlos. Dann sind ja doch wieder machtlos. Sorry, das habe ich glaube, wieder eher noch ich gesagt, sondern wir haben gegen diese These, dass Medien aus sich selbst heraus quasi eine metapolitische Macht entfalten und die Politiker vor sich hertreiben können, bis auf einzelne Kampagnen. Das glaube ich nicht. Das ist quasi ein symbiotisches Spiegelverhältnis, dass man sich teilweise gegenseitig hochjazz- und Themenkarrieren begründet, auch personelle Karrieren begründet werden können. Das ist ja klar, das ist aber auch nicht neu. Okay. Gut, die ganze Geschichte war jetzt hoffentlich anregend. Sie ist nicht unbedingt dazu da, noch groß austapeziert zu werden. Wenn eine Stellungnahme ist, nehmen wir die gerne auf. Ansonsten wollte Michael Behrendt nochmal einen Schluss durchziehen und vielleicht reflektieren auf das, was Lutz Hachmeister gesagt hat. Du hast ihn eben nicht gemeldet. Ja, ich wollte nochmal, passt auch jetzt zu dem letzten Punkt, Form und Inhalt. Kurt Kister hat sich ja in der SZ darüber beschwert, dass ihm zugemutet wird, dass er mehrfach zu Terminen kommen muss, damit ihm ein Kompetenzteam vorgestellt wird. Und das wird dann sozusagen als billige PR hingestellt. Und ich muss einfach sagen, wenn Herr Steinbrück inhaltlich es schaffen würde, uns zehnmal nacheinander zu überraschen, dann würden wir zu zehn Terminen gerne hingehen und werden jedes Mal freudig überrascht. Das ist also nicht eine Frage der Form. Und das finde ich auch die Schwäche seines Artikels. Es ist eben nicht eine Frage der Form. Die Wahrheit ist, wenn ich zehn tolle Überraschungen habe, werden die Leute zehnmal applaudieren. Und das ist der Punkt jetzt auch bei Steinbrück, wo ich nochmal sagen muss, die Merkel als Inhaberin kann wirklich großzügig darauf verzichten, über Inhalte zu sprechen, weil sie hat es geschafft, sich sozusagen aus der Kritik zu entziehen. Und sie macht einfach ihren Job und die Leute haben das Gefühl, sie macht es gut. Steinbrück muss inhaltlich werden, die Gegner müssen inhaltlich werden und darauf bestehen, inhaltlich zu werden. Und sie müssen nicht vor allen Dingen irgendwie sympathisch und nett sein, sondern sie müssen zeigen, dass hier was nicht gut läuft. Und ein Gedanke nur, glaubst du, dass er es könnte, intellektuell und von seinen Möglichkeiten oder noch weiter, könnte er Berater haben, die ihm dazu weiterhelfen? Hältst du das überhaupt für realistisch? Ich glaube, dass der Herr Steinbrück das Problem hat, dass er mit Frau Merkel vor die Kameras gegangen ist und gesagt hat, euer Geld ist sicher. Und das heißt, er gibt ihr sehr wahrscheinlich inhaltlich recht. Und insofern hätte die SPD sich überlegen müssen, ob das wirklich überhaupt funktionieren kann, inhaltlich funktionieren kann. Das ist nicht ein Fehler von Herrn Steinbrück. Das ist schon eine Gesamtproblematik. Aber was er machen könnte, ist natürlich, er könnte sagen, Leute, ich nehme euch mehr mit. Wir könnten ja sagen, wir haben das schon mal gesehen, wie das läuft. Herr Lafontaine hat allen die Wahrheit gesagt und die SPD hat die Wahl verloren. Die nächste Wahl werden wir vermutlich auch nicht gewinnen, aber dann sagen wir euch doch einfach mal die Wahrheit. Und wir fangen mal mit der Wahrheit an und fangen mit Europa an und sagen euch, warum eine sozialdemokratische Partei der Meinung ist, dass Europa die neue Volkswirtschaft ist, in der wir uns aufhalten und nicht die deutsche Volkswirtschaft. Diese ganzen Leute, die Angst um ihr Geld haben von der AfD, vor denen müssen wir uns hüten. Lasst euch nicht einreden, dass eure Renten genauso unter sicher sind wie die Geldvermögen dieser Leute. Man kann das doch mal formulieren. Also mir geht es jetzt nur um Interessen zu formulieren und die kann man auch runterbrechen und stattdessen wird das in einem allgemeinen Dunst belassen. Und das spielt ganz klar auf die Räder, auf die Mühle von Frau Merkel. Zu Frau Klöckner möchte ich sagen, natürlich muss jeder Politiker immer mitreflektieren, wie er mit seinen Wählern kommuniziert. Also reflektiert er die Medienwirkung. Aber er darf doch nicht glauben, nur weil er jetzt im Wahlkampfbussi war, wächst ihm das zu. Er muss sich doch überlegen, was er damit will. Er muss doch immer versuchen, die Regie und die Kontrolle zu behalten. Also gehe ich nicht zum Wahlkampfbussi. Ja, ich habe das aber bewusst gesagt, das ist ja schon ein großer Unterschied. Diese Generation ist nicht nur sie, sondern andere auch, die sich explizit auf die Navigation der angenommenen Medienresonanz als Seismograf verlassen. Vielleicht Schlussbemerkung, Lutz Hachmeister, wir haben ja heute auch die Tage viel diskutiert über Wahlkampf. Gibt es überhaupt noch als Beobachter eine Chance, dass dieser Wahlkampf eine Grundkontroverse bekommt? Oder werden wir dieses Sittitativ jetzt die nächsten Monate ertragen müssen? Oder was wären die Bedingungen, um wieder Power reinzukriegen und wirklich Kontroverse? Ich denke, es müsste schon irgendwas real zusammenkrachen. Also in Griechenland müsste ein derartiger Volksaufstand losbrechen, der sich nach Italien überschwappt und in Marseille und so weiter. Selbst da bin ich mir ganz sicher, ob Herr Steinbrück der Richtige wäre, zu erklären, was die Rezepte wären jetzt dagegen zu tun. Man muss ja auch sagen, dass Steinbrück natürlich die SPD-Repräsentierte die Agenda-Politik offensiv vertreten hat und dass diesen Leuten einfach von vielen Wählern einfach nicht mehr geglaubt wird. Da fehlt so, und das ist halt nicht der Willy Brandt, der aus dem norwegischen Exil kommt und sagt, wir machen hier eine vollkommen neue Ostpolitik. Das ist ein vollkommen unterschiedlicher Politikertypus. Und die Langeweile, die sich auch in Kistas Artikel ausdrückt, auch über den politischen Betrieb, über Frau Merkel, kann in sich so eine Stimmung zusammenbrauen, dass die Leute genervt sind über das Non-Decision-Making, über das Verschieben und das Copy-and-Paste-Machen und so weiter. Also wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, vielleicht heute habt ihr darüber gesprochen, dass es ja durchaus eine rechnerische Konstellation geben kann, wo Linke, SPD und Grüne die Mehrheit haben, und dann sehen wir mal weiter. Gut. Das kann passieren. Also so unspannend ist es nicht. Okay. Das ist wenigstens ein kleiner Hoffnungsschimmer. Wir gönnen uns, denke ich, noch eine Pause, eine kleine, ich danke jedenfalls den beiden, die uns hier angereichert haben mit ihren Begriffscontainern. Das war sehr schön. Vielen Dank. Und damit wir den nächsten Vortrag auch voll konzentriert genießen können von Professor Carsten Reinemann, denke ich, ist es auch in seinem Interesse, zehn Minuten Luft schnappen. Akzeptiert, weil sonst, glaube ich, gibt es Abstimmung zu den Füßen. Zehn Minuten Kaffeepause, Luft schnappen und dann um zehn nach vier hier in voller Frische zu einem weiteren Highlight. Vielen Dank. Vielen Dank.